Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview. Die Welt der Edelmetalle, genauer gesagt Gold und Silber, stehen jetzt in dieser Sendung im Fokus und mein Gast dazu ist Christian Woleritsch von der FlatEx Bank. Ja, schönen guten Tag, Herr Woleritsch. In dieser Woche, da gehen Sie für uns also auf die Edelmetalle ein, starten wir mit Gold. Das notiert in der jetzt noch jungen Handelswoche schon über 1.700 Dollar. Sehen Sie noch weitere Luft nach oben? Ja, schön wieder hier zugeschaltet zu sein aus der Homeoffice-Version. Ja, die junge Handelswoche und auch für kürze Handelswoche ist bezogen auf das Edelmetalle Gold, wenn man das handelt, hier für den einen oder anderen, der long positioniert war, mit einem positiven Handelsbeginn auch gewesen, aktuell über 1.700 Dollar je Unze. Dieses Level wurde dieses Jahr mehrfach schon angegriffen, in Anführungszeichen. Es gab Handelswochen im Monat Februar, wo wir in Richtung 1.700 Dollar je Marke gegangen sind, diese Marke nicht überwohnt haben. Charttechnisch wäre es jetzt durchaus interessant, das Gold weiterhin im Blickfeld zu behalten, wenn auf Tagesbasis, auch wenn wir gestern in Deutschland zum Beispiel nicht den Handel hatten, aber in Amerika gab es ja den Handel, haben wir auf dem Level über 1.700 Dollar je Unze geschlossen. Interessant wird es jetzt sein, Luft nach oben hin ist gegeben, nach meiner persönlichen Einschätzung. Also nächstes Kursziel wäre jetzt 1.800 Dollar je Unze. Ja, da ist zwar nicht viel Luft nach oben hin, bildlich gesprochen, aber es wäre zumindestens mal das Ereignis, was wir in den letzten Handelstage oder letzten drei, vier Handelswochen sehen, dass wir im Bereich des Edelmetalls ein Nachfragephänomen haben, in der Art und Weise, dass es gesucht wird. Parallel wissen wir mittlerweile durch viele YouTube-Videos, durch viele Kommentare, durch viele Berichte, dass natürlich in der Produktion, in den Minen auch Stillstand vorherrscht. Das heißt, Angebot und Nachfrage trennt sich momentan in der Form, dass wir das Phänomen haben, dass natürlich kurzfristig gesehen durch die erhöhte Nachfrage und durch das geringere Angebot, vermeidbar geringere Angebot, hier auch das Potenzial haben für weiter steigende Kurse. Ja, ob wir das Allzeithoch im zweiten Quartal knacken, das oblasse ich anderen Gurus, aber sollten wir weiterhin die Konstellation haben, dass die Wirtschaft nicht in Gang kommt, dass die Förderung nicht in Gang kommt, dann ist durchaus das Gold greifbar nah in Bezug auf das All-Time-High, weil der ein oder andere Investor oder Anleger etwas nervöser wird. Und wir hatten es früher schon immer wieder auch erwähnt, Gold als sicherer Hafen oder vermeidbar als sicherer Hafen, aber ich glaube, es ist einfach so, dass der ein oder andere Geld investieren will, vielleicht aufgrund des Zinsniveaus hier keine Alternative sieht und sagt, okay, wenn ich auf der einen Seite keine Zinsen bekomme, ja, dann investiere ich vielleicht einfach mal hier in solche Edelmetalle. Also, wie gesagt, Luft in Richtung 1800 Dollar je Unze ist nach meiner persönlichen Einschätzung gegeben. Nach unten hin sollte man ungefähr das Level 1650 Dollar im Blickfeld behalten, da das auch immer wieder auch eine Zone ist, wo der Goldpreis die letzten Wochen auch zurückgekehrt ist oder genauer gesagt auch abgeprallt ist auf dem Level. Schauen wir mal auf den kleinen Bruder. Silber musste ja im ersten Quartal deutliche Verluste hinnehmen. Gegenwärtig ist ein Schad, aber eine Erholung zu sehen. Welchen Sie damit, dass es sich auch hier fortsetzen kann, diese Erholung? Also, kurzfristig gesehen wäre Luft in Richtung 16,50 Dollar plus minus je Unze gegeben. Warum? Weil das in den letzten Handelswochen eine Unterstützung war, die leider Gottes gerissen ist. Wir sind in Richtung unter 12 Dollar je Unze gerauscht. Silber hat aufgrund des Charakters, dass es stärker in der Industrie genutzt wird, eher weniger das Verhältnis, dass jemand hier eine reine Geldanlage wiederfindet, sondern auch hier in der Produktion, Angebot und Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe halt auch eine Rolle spielt. Berichte oder bestimmte Berichte oder bestimmte Artikel, die man im Internet lesen kann, führen auch meistens dazu, dass der ein oder andere Produzent sich im Regelfall aufgrund seiner Auftragsbücher auch versucht, hier im ersten Quartal eines Jahres mit diesem Rohstoff einzudecken. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gedämpft, das Thema. Da niemand weiß, wie die Produktion in Q2, Q3 und Q4 aussehen wird. Und der ein oder andere geordert hat hier deutlich ein bisschen auch Druck auf dem Kesselwagen. Ich persönlich glaube, dass wir, wie gesagt, nach oben hin Luft in Richtung 16,50 Dollar haben. Sollten wir allerdings hier aufgrund von Wirtschaftsdaten Prügel beziehen, in Anführungszeichen, dann kann es eher für Silber in Richtung Süden wieder gehen und hier auch auf dem Level 14,50 Dollar beziehungsweise unterhalb 14 Dollar auch ein Kursrückgang weitergegeben sein. Zuletzt wollen wir noch auf die wichtigsten Termine dieser Woche zu sprechen kommen. Was steht denn hier noch auf der Agenda? Ja, gefühlt ein bisschen Normalität vielleicht im Trading auch zurückkehren zu lassen. Worauf fokussiert man sich? Diese Handelswoche gibt es Quartalzahlen von US-Banken. Interessant wird es sein in dem Bezug, wie sich das Q1 dargestellt hat, bilanziell gesehen. Darauf wird man den Fokus richten, wenn wir das Thema Homebase oder den Heimatmarkt uns betrachten. Sixt wird seine Zahlen liefern zum Quartal, dann Zalando wird Zahlen liefern. Also das wird uns einen kleinen Einblick in dieser Handelswoche geben, wie sich das entsprechend in den Büchern dargestellt hat. Der Handelsmonat März beispielsweise. Wir werden aus den USA die Einzelhandelsumsätze für Monat März sehen. Ich bin mal echt gespannt. Kreditkartenumsätze sind scheinbar rückläufig gewesen, wie sich der Einzelhandelsumsatz in den Vereinigten Staaten darstellen wird. Auch das könnte durchaus für Dow und Co. noch mal drücken. Dann Mittwochabend Basebook der FED. Sollte man nicht vergessen, diesen Termin sich abends einzutragen. Für Hütte Volatilität wäre auch hier unter Umständen zu sorgen. Und dann am Freitag ein kleiner Verfallstermin von Optionen und Aktien auf Indizes an der Eurex. Auch das kann kurzfristig vielleicht den einen oder anderen Aktientitel noch mal nach oben wie nach unten hin beflügeln. Vielen Dank für den Überblick, Christian Wolleritsch. Gerne. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.